hallo leute ich bin kaito so ich spreche deutsch so jaman time so ich bin heute um 6 uhr aufgestanden ich habe reis zum frühstück gegessen ich war punktschulich ich habe heute von 8 uhr bis 10 uhr bis gearbeitet nein so ich bin heute um 6 uhr aufgestanden so ich bin heute um 6 uhr aufgestanden so ich habe reis zum frühstück gegessen ich war punktschulich ich habe heute von 8 uhr bis 10 uhr gearbeitet nach der arbeit bin ich in den supermarkt gegangen ich habe bezweifelung mais reis soja sojasauce oil sardinen und pilz gekauft ich habe um halb 6 uhr eine online tour gemacht toi 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 so ich bin sehr müde so ich gehe ins bett ja das mas so danke für das video bis später bis später tschüss